Ja, vorher war alles irgendwie grün und schön und dann habe ich irgendwie viel Alkohol getrunken und dann ist das Ganze irgendwie in Flammen aufgegangen. Naja, ich weiß auch nicht genau, wie jetzt passiert ist. Naja, wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal jede Stadt erobern und der Rest wird dann noch folgen, denke ich mal. Ja, willkommen zurück, auch von mir. Wir sind also vor Vortex, diese fiesen Tigraner, die arrogant auf unsere tolle, technologisierte, fortschrittliche Nation und unseren lieben, lieben Ferrokleks mit seinem Hangover hinabgeschaut haben und werden diese Stadt nun für uns veranspruchen. Das heißt, wir werden natürlich einen Kampf kämpfen müssen, der durchaus anspruchsvoll sein kann. Ist aber jetzt nicht, sollte nicht zu überwältigend sein. Ich würde auch in den automatischen Kampf gucken. Na gut, aber spannungshalber müssen wir es kämpfen, das ist klar. Kann natürlich sein, dass es komplett in die Hose geht. Ihr seht, wir haben auch ein bisschen dann diese Kriegsbeute bekommen. Das ist gar nicht schlecht, denn dadurch können wir uns nicht nachher Kanonen bauen. Ja, das dauert natürlich was. Ihr kennt die Kämpfe. Oh, okay, wir sind recht aggressiv, das ist schon mal nicht schlecht für uns. Wir werden unsere Pekinier natürlich schützen können. Wir haben unseren Kumpel hier noch, habe ich glaube ich gerade gezeigt, Untotenbeschwörungen gegeben. Der Klassiker schlechthin, ihr kennt das. Oh ja, perfekt. Und dann haben wir natürlich unsere tolle Banshee, das ist immer super, super, super. Die setzen wir direkt hier mal mitten rein und werden alle von diesen Einheiten BAN einmal geschwächen, also zumindest versuchen sie zu schwächen. Und dann haben wir unsere Mosketenschützen, die ihr jetzt entweder markieren könnt oder schießen. Da wir jetzt relativ nah dran sind, können wir direkt schießen. Werde natürlich nicht massiv Schaden machen. Können, glaube ich, noch nicht mit denen schießen oder... Doch, die können auch schon... Ja, können sich... Theoretisch können die auch schießen. Die können sich auch bewegen, das sind also keine klassischen Belagungseinheiten. Wusste ich tatsächlich selber auch nicht. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht aktiv mal benutzt. Aber ist ja gar nicht schlecht. Denn dann können wir die auch rumbewegen und auch nutzen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass unser Bikini nicht stirbt. Am besten setzen wir ihn erstmal ein bisschen nach hinten. Haben sich jetzt ein bisschen viel gewalttätige Viecher. Ich hoffe, dass sie sich auf die Banshee beziehen. Wir haben jetzt auch zum Glück, weil wir hier im Wald sind, glaube ich, nur Wald, keine negativen Buffs. Das ist schon ziemlich gut. Wir brauchen uns damit schon mal gar nicht zu beschäftigen. Sondern gucken, ob wir hier irgendjemanden bewegungsunfähig machen können. Ich glaube, wir machen das mal auf den. Nee, ist leider nur markiert, aber immerhin. Und dann können wir jetzt ballern. Was machen wir? Ballern wir das an, was sicherer ist? Oder ballern wir den Helden an, der uns auf jeden Fall mehr Schaden geben wird? Ich meine, es geht noch, ne? Das ist jetzt nichts Brutales. Der kann stunnen, wenn ich das in der richtigen Änderung habe. Jawohl. Das heißt, der ist eigentlich sogar wesentlich brutaler. Mit dem können wir... Wir haben jetzt die Reichweite erhöht. Die müssten schon die Sucherprojektile haben. Jawohl, die Sucherpfeile. Das heißt, wir können auch mit dem schon schießen, sind eine Reichweite. Eilen können wir momentan noch nicht. Ich fühle gerade mal noch so sehr. Die können überall hin. Alles okay. Bin ich einmal um. Ich weiß nicht, ob ich näher rangehen soll. Ich glaube eher nicht. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal ballern. Ja, dann wallern wir einfach mal den Helden an. Ja, das war klar, dass das Streifteifer werden. Wir könnten auch markieren. Wir hätten auch markieren können. Ich glaube, das ist einfach die bessere Wahl. Eins problematisch ist, jetzt werden die alle im Nahkampf gebunden werden. Das heißt, unsere Kanonen müssen ein bisschen was rausreißen. Schauen wir, ob wir auch nichts vergessen haben. Ja, siehst du, da habe ich nicht schon mal vergessen. So, spucken wir den mal in den Rücken. Oh, guck mal. Wir können auch den in den Rücken spucken, wenn wir Glück haben. Ja, und der ist auch vergiftet. Perfekt. Sonst kann hier leider nichts mehr getan werden. Ja, wir könnten den noch ran bewegen. Ah, ich habe auch keine Lust, dass der stirbt. Das ist die Sache. Kleinen haben halt nichts in Schlüpfen. Na doch, sowohl. Okay, wir können also einmal auch die fast sterben lassen. Na ja, komm, dann machen wir das einfach. Und dann gucken wir, was passiert. Ja, sehr gut. Die beziehen sich alle auf die... Nee, nicht alle, aber der hat schon mal im Mundtoten geballert. Ja, und da kommt das Betäuben leider zu. Nervig. Okay, er hat unseren Helden auch betäubt. Das ist natürlich extrem bitter. Aber gut ist natürlich, dass die Banshee hier keine Probleme bekommen haben. Schießen wir den Helden kaputt erstmal. Aber diese Betäubung ist natürlich brutal. Unsere Kanone kann ja in so einer Linie schießen. Das heißt, also ihr seht ihr, wenn ich den hier angreife, wird auch der Held getroffen. Das ist natürlich perfekt. Und dann ist er auch tot. Das ist gar nicht verkehrt. Können das leider nicht nochmal reproduzieren. Können jetzt aber mit unserem... Veroklarks von hinten angreifen. Das ist perfekt. Machen wir hier einmal... Rambazama sollte relativ... Ach, sollte relativ gut gehen jetzt, würde ich sagen. Weil die Banshee gut ablenkt. Ihr kennt den Klassiker, ja. Also wer die anderen Let's Place gesehen hat, weiß ja... Untoten beschwören ist zwar jetzt genervt worden. Das wisst ihr hoffentlich auch. Das heißt, ihr habt jetzt nicht mehr die Fähigkeit, unendlich die Untoten zu beschwören. Ihr müsst schon jetzt tatsächlich... Drei Runden, glaube ich, beachten, die ihr habt. Mehr nicht. Aber es ist natürlich trotzdem nochmal krass. Seien wir mal ehrlich. Also... Nicht so, dass das jetzt deswegen total... Geschwächt wurde. Es ist nur immer eine der stärksten Fähigkeiten. So, da haben wir dich ja noch. Ja gut, dich hätte ich auch heilen sollen. Aber gut, das ist ja eh nur temporär. Ich habe ein bisschen Angst, dass dieser Mosketenschütze stirbt. Ich glaube, es wird passieren. Aber das ist natürlich nicht so intelligent von mir. Was ich probieren könnte, wäre hier... Ihn... Na, bringt nichts. Wenn ich ihn jetzt in beiden Nahkämpfe binde, vielleicht... Ah, das könnte gefährlich werden. Okay, das ist natürlich noch schlimmer. Tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht, bitte. Oh, okay, Glück gehabt. Alles gut. Wir werden das mit unserer Banshee noch letzte Aktion nutzen, um hier den Helden anzuknuspern. Perfekt. Zack, zack. Und dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir keine Verluste haben. Das ist das Wichtige. Dass wir heilen einmal hier. Aber die Kanonen sind schon ziemlich cool. Kosten natürlich auch 200 Gold. Aber ihr seht, ich kann die halt im Gegensatz zu den anderen Belagungsgeräten konstant anwenden. Was halt extrem, extrem mächtig ist. Vielleicht mit dem Musketenschutz den D-D noch niedermachen. Und dann war es das eigentlich. Wer will die Ära haben? Ach komm, Feroklax. Ach, Feroklax. Gemüde ich doch mal ein bisschen. Ich kann leider... Äh, ich kann ihn auch antagieren. Ach komm, egal. Ein bisschen collateral damage muss sein. Perfekt. Das war es schon. Nicht überspektakulär, weil jetzt auch kein schwerer Kampf. Haben wir auch nichts verloren. Perfekt. Jetzt können wir uns Vortex aneignen. Und können theoretisch das übernehmen. Problem ist natürlich, wir müssen... Hab ich überhaupt nicht mehr daran gedacht. Die Imperiumsressourcen dafür sammeln. Das heißt, wir müssen vier Runden warten, bis wir das übergebacken kriegen. Ja, was machen wir dann erstmal? Wir ignorieren sie einfach leider. Das ist natürlich extrem problematisch, weil wir uns jetzt nicht heilen können oder sowas. Das heißt, unser Feroklax muss sich schon wieder komplett zurückziehen. Und noch die anderen verletzten Einheiten am besten. Ja gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, müssen wir nächste Runde machen. Und dann sind wir natürlich wieder aufgestiegen. Was natürlich nur Vorurteile mit sich bringen kann. Erfahrener Anführer. Stärke Training heißt einfach mehr Schaden. Verteidigungsausbildung. Beides ziemlich cool. Wir nehmen einfach erstmal mehr Schaden. Das kennen wir ja. Er hat leider kein Level bekommen. Und wir haben sterbliche Überreste eingesammelt. Gucken wir uns doch mal, was der Feroklax dazu sagt. Und was hältst du jetzt von euren magischen Wäldern? Wir haben euch gezeigt, wo die Kanonen die Löffel haben. Oder Kanonenkugel. Wie auch immer. Egal. Habt ihr Tigrada nicht dazugelernt? Unterwerft euch uns. Und wir werden euch komplett ausratieren. Oh. Es ist einfach widerlich, wie ihr vorgeht. Aber was haben wir bloß für eine Wahl? Wir werden uns unterwerfen. Nach euren Bedingungen. Aber denkt daran. Es wird Rache geben. Unsere magischen Brüder und Schwestern werden uns rächen. Und ihr werdet dafür bezahlen. Genau, Mischa. Sagt's ihnen. Ihr habt doch keine Ahnung, was auf euch zukommt, wenn ihr euch widersetzt. Und die anderen werden auch genauso die Konsequenzen tragen. Wenn wir das Land in Feuer versenken, dann werden wir auch unsere Aufgabe erledigen und alle verbrennen, wenn es sein muss. Ja, und während Feroclax so seine wunderbaren diplomatischen Fähigkeiten spielen lässt, haben wir gesehen, dass der Fangy uns tatsächlich sehr, sehr gerne hat. Er hat uns einmal den Pakt angeboten. Er hat gesagt, wir sind uns gar nicht so unendlich. Ah, es ist halt die Frage, wie wir damit vorgehen. Ich beschäftige mich gleich damit. Ich würde erst mal sagen, wir gucken uns mal an, wie das Reich so weiter ausdehnt. Meine Priorität ist eigentlich der Gluckwell-Ofen. Denn Feuerriesen wären schon richtig, richtig gut. Vortex können wir nächste Runde endlich einnehmen. Währenddessen steht das jetzt die ganze Zeit hier als besetzt rum. Und ja, wir haben im Untergrund hier nichts Besonderes gefunden, was uns irgendwie helfen würde. Also nichts wirklich. Guckt euch diesen Untergrund an. Das ist ja komplett lame. Also das ist ja... Egal. Gott sei es drum. Da sind irgendwelche Grenzen von Gegnern. Da werden wir natürlich auch nicht uns durchbuddeln. Bringt ja auch gar nichts. Also wir können jetzt hier nochmal gucken gehen, ob wir die Siegel irgendwie einnehmen vielleicht. Wenn sonst... Ja. Also für die Stadt sehe ich jetzt nicht mehr viel Potenzial. Und die blaue und die rote Katze werden uns auf jeden Fall immer mehr auf die Nerven gehen. Die rote Katze wird sich auch schon als erstes Siegel eingesackt. Das heißt, wir müssen natürlich darauf achten, wie viel Siegelkraft hat die. Das könnt ihr immer hier sehen einfach. So. Wie viel hat sie denn jetzt? Einen Punkt. Und man braucht 60 oder was ist es bei den normalen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ja. Entschuldigung. 105 Punkte. Glück. Weil wenn er jetzt... Wenn er jetzt schon 60 nur bräuchte, müssten wir schon langsam gucken, ob er da hinterher kommen können. Ansonsten würde ich jetzt halt... Ich weiß nicht, ob ich die Armee da... Ob ich das schon besiegen kann. Müsste mal schauen, wie ich die Armee dann konsolidiere. Ich musste mich natürlich heilen. Das heißt, ich habe mich natürlich erstmal zurückgezogen. Kein nervig. Hier noch eine Stadt hinzubauen lohnt sich nicht. Diese Stadt würde komplett sterben. Also ich müsste wenn hier dann durchgehen. Was fast unmöglich ist. Wichtig ist natürlich auch die Gebiete hier oben. Wo sind sie? Kann man das schon sehen. Teilweise Wüstengebiete wie das hier. Das ist unbewohnbar. Also hier kann man auch nichts hinsetzen. Das ist ja diese öde Ozea, die wir haben. Wichtig auch hier. Also diese Sphäre können wir nicht einnehmen. Wir können den Gluckquereofen zum Glück noch mitnehmen. Den wir hier in den Steinbruch drüber geben. Wäre natürlich das Geilste gewesen. Wenn man jetzt gesagt hat, wir nehmen Vortex ein. Und kommen nicht mal zum Gluckquereofen. Aber wir haben noch mal Glück gehabt. Das heißt, das hier ist unbewohnbar. Kann natürlich strategisch gesehen ein super Vorteil sein. Weil hier kann keiner einen Ausbaust hinsetzen. Wenn wir den Gluckquereofen eingenommen haben. Dann sind wir da stark im Vorurteil. Ansonsten hier unten ist auch unbewohnbar. Auch ganz wichtiger Punkt. Dieser öde Ozean zieht sich hier halt durch. Das heißt, nur bis hierhin können wir irgendwas reißen. Wir werden also keine dritte Stadt hier bekommen. Hier könnten wir nochmal gucken, ob da vielleicht irgendwas interessantes ist. Kann natürlich auch sein, dass da noch irgendwelche Gegner sind, die wir jetzt noch nicht sehen können. Also irgendwelche Pickups wahrscheinlich. Naja, das wäre auf jeden Fall jetzt die strategische Überlegung. Das heißt, wir bewegen uns jetzt mal, obwohl die noch nicht ganz voll geheilt sind. Hier hoch und gucken mal, dass wir da vorankommen. Ja, und du, keine Ahnung, kannst dich wieder auf Auto erkunden. Aber wir kommen, bewegen wir sie einmal zum Siegel, gucken, was da sogar los ist. Also, ich weiß nicht, ob der Alkohol oder mein Grün euch nur Körper daraus bespricht. Oder vielleicht auch diese verfluten Kopfschmerzen. Aber ich hab dich echt gern, Fangi. Lass uns doch einfach mal Brüder werden, oder? Oder Freunde oder so. Dann brennen wir das Ganze hier zusammen ab. Also, ich weiß nicht, ob der Alkohol oder mein Grün euch nur Körper daraus bespricht. Oder vielleicht auch diese verfluten Kopfschmerzen. Aber ich hab dich echt gern, Fangi. Lass uns doch einfach mal Brüder werden, oder? Oder Freunde oder so. Dann brennen wir das Ganze hier zusammen ab. Ja, okay, das hört sich jetzt irgendwie an, als wenn wir alles zerstören würden. Aber weiter denken, als wenn du mir eine Freundschaftserklärung machst und ich sage, ja, passt schon, irgendwie kann ich nicht. Von daher, lass uns Freunde sein. Ich glaub, das ist ganz cool. Ich glaub, der Typ ist nicht mehr ganz knusper. Auch egal. Haben wir auf jeden Fall einen neuen Freund. Und das solltet uns wohl weiterhelfen. Ja, also hat sich Faroclux dazu entschieden. Ganz pragmatisch gesehen. Einfach mal Fangi als seinen Freund zu nehmen. Dann ein Zufriedener mit uns ist nicht wieder ein bisschen runtergefallen. Ich hab einfach gedacht, das ist, glaub ich, eine ganz gute Aktion. Auch für Faroclux im Sinne. Denn wir haben ja einige Bündnispakt, oder einen Bündnispakt schon. Zwischen zwei Spielern. Zwischen tatsächlich Fangi und den Leonardo den Magier. Das heißt, wir könnten auch ihn vielleicht versuchen, noch für uns zu gewinnen. Dann können wir die ganzen Katzendamen und die Krötenviecher alle zerstören. Dann haben wir es nicht ganz so schwer. Ich mein, im schlimmsten Fall werden wir sie halt auch auslöschen. Ihr habt ja gehört, der Fang hier ist recht leicht zu überzeugen. Von daher ist das vollkommen in Ordnung. Wir können jetzt hier die Stadt übernehmen. Und wir werden natürlich durch Forge Seeker ersetzen. Wir brauchen keine AK Antigrada, ist mir egal. Und werden uns Richtung Blutquellofen bewegen. Gucken dann, dass wir die Armeen, wie was wir ja genau machen, oder welche Armeen da jetzt reingehen, um diese doch recht schwere Geschichte kaputt zu machen. Das werden wir uns dann anschauen. Ja, dann haben wir hier jetzt die Möglichkeit, einen Rudestützlager zu bauen. Kennen wir ja auch schon. Einberufung ist okay. Aber wichtig ist, drei Mana pro angrenzenden Steinbruch. Wir haben jetzt hier zwei Steinbrüche. Natürlich können wir nicht das Räubermanufaktorium zerstürmen. Deswegen ist das noch so ein bisschen problematisch. Oder wir zerstören es und bauen es nochmal neu. Wäre ein bisschen lästig. Aber ich glaube, es ist fast die Wahl. Dann müssten wir das nämlich hier hin bauen. Und kämen trotzdem auf die Reihe hinaus. Ich glaube sogar, wenn ich es mir mal anschaue. Auch auf vier im besten Fall. Wir müssen nämlich gucken, dass wir die Provinzversorgung, das habe ich euch ja schon mal gesagt, möglichst schnell bauen. Das ist natürlich jetzt sehr ineffizient. Wir hätten vielleicht besser planen können. Theoretisch müsste ich aber auch hier noch, genau, den Steinbruch ja auch noch dazu bekommen. Ne, der zählt leider nicht von dem Fremdenstadt. Aber kann sein, wenn wir die eingenommen haben, dass die dann auch dazu zählt. Müsste eigentlich. Aber ich glaube, hier wäre am besten. Und dann das Manufaktorium bauen wir dann hier rüber. Dann haben wir durch die Fürsterei ja trotzdem noch unseren Bonus. Ist natürlich ärgerlich. Ich brauche nicht drüber zu reden. Hätten wir besser planen können. Aber wir sollen uns nicht weiter kümmern. Unser Ebay-Ball geht weiter erkunden. Wir müssen ja auch das Siegel langsam anpeilen, wenn wir uns Richtung Siegbedingungen wegen wollen. Ja, da bin ich mal gespannt, was uns diese Glutquellofen hier bringen. Vorsicht, heiß. Ja gut, das war abzusehen. Die Arbeiter beim eifrigen Schmieden anzutreffen. Natürlich ist das nicht so. Die Schmieden sehen dich und deine Truppen an. Wer hofft nur einen Schwefelgigant, wie du, könnte ihnen helfen. Wie löscht man ein unlöschbares Feuer? Das Feuer wird mit Blut gelöscht zu den Waffen. Hört sich immer ganz gut an. Und die Techniker könnten, okay, ich könnte tatsächlich Kühlventiere aktivieren. Auf fünf Rundenproduktion. Ich bin da immer ein bisschen gierig. Aber es wird natürlich hart. Wir haben drei Range-Einheiten. Und wir haben vulkanische Eruptionen, weil wir sind ja auf einem Aschengebiet. Ah ja, das wird ein harter Kampf. Gucken wir mal, ob wir das die Backen kriegen. Ist natürlich auf jeden Fall wert, weil wir halt Feuerriesen haben. Ihr seht, das wird jetzt brutal. Wir haben einmal Magmateilung. Magmageist getötet wird. Jetzt hat es einen geringen Magmageist. Autsch. Und vulkanische Eruptionen halt. Wir müssten probieren, die irgendwie zu teilen. Aber ich glaube, das ist fast unmöglich. Und das sind halt alles Range-Einheiten. Und die haben alle AOE. Ich glaube, das wird ziemlich brutal. Also was wir machen könnten, so ein bisschen splitten und hoffen, dass wir damit irgendwie dazu bringen, ineffizient die ganze Geschichte anzugehen. Aber das wird hart. Kann ich nur so sagen. Gucken wir mal, was sie tun. Okay, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, sie müssen jetzt auf jeden Fall nach vorne gehen. Aha, sehr gut. Gut, gut, gut. Das heißt, wir könnten jetzt hier die versuchen, ihn schon mal anzugreifen. Ja, das Problem ist natürlich, der hat jetzt kein Sichtfeld. Und der würde brennen. Können wir einen Untot beschwören? Machen wir einfach mal. Was ich auch eben schon machen soll. Oh, die schlechtesten leider, die man kriegen kann. Bitter, bitter. Aber gut, so ist es halt. Wir werden mal angreifen. Ein bisschen Matsch unter Druck setzen. Das ist dieses Feuer, ne? Also gut, das ist halt die Map, ne? Die wollten wir ja so. Oh, und der hat gar keine Treffer. Treffer wahrscheinlich keine. Okay, den können wir killen. Aber die sind halt das Problem. Nicht ernsthaft. Och, komm schon, Spiel. Warum? Warum nur? Wieso? Weil die bräuchten den hier frei. Vielleicht kriegen wir einen Streiftreffer hin. Ja, okay, gut. Dann können wir nach... Na, aber bringt das auch gar nichts. Eine 10 Schaden. Komplett immun gegen, ähm, Zeuche oder was? Äh, 4, ja. Zumindest sehr immun. Die Statusresistenz dagegen. Dann können wir halt den, den Prometen schmeißen. Der wird natürlich gegen die Feuerviecher nicht so viel bringen. Kann man sich ja irgendwie denken, ne? Das heißt, wir könnten natürlich hier den, den, deinen Hund erstmal beseitigen. Das ist von demnächst, weil wir beide die AOE-Fähigkeiten benutzen. Massiv. Haben wir ein riesiges Problem. Ja, dann haben wir wirklich ein gigantisches Problem. Denn dann können die uns richtig ausradieren. Sie müssen weiterhin gesplittet bleiben. Sonst wird es extrem schwer, jetzt zu überleben. Ich meine, er kann ja noch, also unser Ferro-Klax, Klacks, mein Gott, kann ja noch einmal in den Standhalten-Zustand gehen. Dadurch kann er einmal was überleben, aber trotzdem schwierig. Wir müssen aber auch daran denken, die T3-Einheiten, okay, sehr gut. Die T3-Einheiten haben nicht mehr den Bonus. Also ich kriege nicht mehr 36 HP zurück. Okay, das war Best-Case-Shenario. Die haben tatsächlich alles verschwendet. Das ist perfekt. Müssen wir nur gucken, dass wir das auch irgendwie aussetzen können. Und die stehen viel zu weit weg. Die kriegen wir das in der Erde. Muss brennen. Es ist leider nichts dran zu tun. Aber das ist schon in Ordnung. Nein, ich will die nicht sehen, danke. Und jetzt kill sie, bitte. Nein, danke. Ja, und die können natürlich, das ist der große Nachteil der Mosketenschützen. Die können halt nichts tun jetzt. Halt komplett nutzlos eigentlich, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Weil sie halt natürlich immer ihre drei Bewegungspunkte brauchen, um anzugreifen. Gift können wir ganz vergessen. Wie gesagt, wir können mit ihnen weiterhin aggressiv vorgehen. So ist das nicht. Die können uns halt nicht töten. In einer Runde zumindest. Danach natürlich. Da können die uns töten. Aber wir müssen, glaube ich, den Schaden einfach auf ihm absorbieren. Schauen wir mal, was wir da haben. Wir haben 45, 55 meine ich. Und hier haben wir, ja, wir können einen töten. Machen wir das schon mal. Jeder Kill ist wichtig. Ja, dann bewegen wir uns einfach nach vorne. Die haben jetzt alle ihre AOE-Fähigkeit weg, wenn ich das richtig sehe. Die haben die schön verschwendet. Das ist gut. Das heißt, wir müssen theoretisch mit unseren Mosketenschützen jetzt auch ein bisschen die Möglichkeit haben, auf Risiko zu gehen. Können die schon mal markieren. Ach ja. Oh, die werden natürlich ja wieder überlebt. Oh, hab ich ganz vergessen. Oh, das wird hart. Oh mein Gott, wird das hart. Ei, ei, ei. Ja, jetzt kommt das Überleben. Er ist jetzt einmal in Standhaftigkeit. Okay. Das ist jetzt auch unsterblich, aber er ist natürlich auch Berserker. Das ist klar. Er hat jetzt noch eine Runde, glaube ich, standfest. Oder nee, jetzt müsste die vorbei sein. Also, wir müssen den natürlich auf jeden Fall heilen. Müssten jetzt gucken, dass wir es irgendwie beenden. Aber das schaffen wir halt nicht. Das habe ich jetzt leider gar nicht bedacht. Dass wir dadurch überhaupt keine Chance haben, das zu beenden. Weil wir leider diese Nachspawner hier noch haben. So, können wir irgendwas mit denen hier reisen? Okay, ja, das ist ganz gut. Ja, okay. Ein Streiftreffer ist natürlich genau das, was wir nicht brauchen. Das ist natürlich genau das, was wir nicht brauchen. Ja, jetzt überlebt er leider. Den kriegen wir auch kaputt? Nee, kriegen wir nicht. Willst du mich veräppeln? Oh mein Gott. Ja, okay. Dann wird leider Ferroklux runtergehen. Boom. Da liegt er. Bitter. Jetzt kommt natürlich der nächste Spawn direkt wieder. Aber das ist jetzt die Sache, ob wir das akzeptieren können oder ob wir neu machen sollten. Das ist halt wirklich der große Nachteil dieser Mosketenschützen. Da haben wir... Ja, okay. Und wir haben auch noch nicht einen einzigen Treffer gehabt. Aber es ist ja immer nur Streiftreffer. Das ist natürlich auch fast unmöglich, was zu reißen. Das ist richtig. Die dürfen wir am ersten Zug nicht angreifen. Das schon mal ganz gut ist. Das heißt, wir können jetzt erst mal aussetzen, dass sie sich nicht bewegen können. Ich meine, unser Ferroklux kommt ja wieder. So ist das ja nicht. Die kriegen wir ja zurück. Das ist halt mal einmal keine Streifreffer bekommen. Das wäre recht wichtig. Okay. Ja, bitte. Ferroklux kommt wieder. Habe ich... Okay, habe ich die Einstellung drin oder ist das irgendwie verbuggt? Keine Ahnung. Eigentlich habe ich keine Einstellung drin, dass der wiederkommen sollte. Wir müssen aber, wäre er nach ein paar Runden sowieso wiederbekommen. Wir werden jetzt auch erst mal nicht mehr kämpfen. So blöd, dass er jetzt die Erfahrung kriegt. Sehr merkwürdig. Ich habe keine Einstellung gemacht, dass der immer wieder wiederkommt, wenn er gewinnt. Na gut, was sollen wir dazu sagen? So, jetzt haben wir immer so Rüstung wählen. Das wäre Kopf. Prophecy. Das ist wieder eins von den Mods zugefügten Sachen. Da können wir auswählen, Erstschlag für drei Runden geben. Eine neue Waffe. Die würden wir natürlich unserem Kumpel dann geben. Aber es hat nur eine schwere Arm. Das ist ja komplett schwach. Dann würden wir wahrscheinlich nicht einfach das Geld nehmen, weil gute Einstellung brauchen wir nicht. Das bietet gar nichts. Dann bauen wir einfach noch ein Moskete und ein Schlängerjunges und noch eine Moskete und noch eine Moskete. Wir haben ja jetzt so viel Einberufen dadurch bekommen. Das ist schon ganz in Ordnung. Unser guter alter Boya Gaff mit seiner Misha ist aufgestiegen. Wir werden auch hier natürlich unsere passiven Bass für unsere Gruppe geben, denn das ist immer am mächtigsten. Und dann können wir es gleich anschließen. Das ist ja süppi, süppi, süppi. Wir dürfen uns wieder mal ein neues Buch suchen, bevor wir wahrscheinlich erstmal in eine gewisse Periode des Aufbaus gehen, um so drei Städte zu verbessern. Und ich werde natürlich das ganze Thema jetzt der neuen DLCs oder der mittlerweile alten DLCs gehen und weiterhin auf dieses Buch des Konstruktes gehen. Da können wir uns erstmal einen recht starken Bronze-Golem besorgen, den wir dann als unser Standard benutzen. Ich glaube, die kann man sogar beschwören, wenn ich mich nicht irre. Und werden dann nachher natürlich Richtung Meteoriten-Pfeile gehen, um unsere Fernkäufer zu verbessern und werden aber auch Richtung Buch des Drachen gehen. Da muss ich ja selber nochmal gucken, wo das genau war. Und zwar haben wir das... Wo ist es denn? Irgendwo vier. Naja, gut, werden wir auch wirklich drei oder vier. Werden wir das sehen. Dann können wir ja kleine Drachen, hier Buch der Drachen, können wir herbeirufen. Dann werden die auch wieder von dem Buff betroffen, den wir als Hürte bekommen, was ziemlich cool ist. Und wir können ja auch Wyvern dann bauen, Wyvern bauen. Das ist ganz nett, weil wir dann unseren thematischen Ferroklaks natürlich auch weiter aufbauen. Das heißt, wir würden uns dann Richtung Kanonen bewegen und Richtung Drachen und so weiter, sodass wir da so ein bisschen thematisch vorgehen. Da werden natürlich die Musketenschützen irgendwann dann ein bisschen obsolet sein, auch die Fähigkeit, die unser Volk haben. Aber das ist eigentlich relativ egal. Wir wollen einfach ein bisschen was von den neuen Sachen mal ausprobieren. Ja, vor allem nochmal showcasen, sag ich mal. Würden uns... Ich weiß nicht, ob wir die Draconien-Transformation nehmen. Ich finde die irgendwie nicht gut. Ich meine, wir werden ja dann eh sehr wenig mit unseren Kultureinheiten spielen, von daher ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, aber ich finde die halt wirklich extrem schlecht. Also außer eben gegen Brennen, was ganz cool für diese Map hier natürlich ist, ist der Rest ziemlich nutzlos. Naja, aber werden wir sehen. Aber hier werden wir jetzt erstmal... Wir sind noch sehr weit davon weg, von daher nehmen wir erstmal hier das Konstruktes. Kriegt uns am Anfang noch nicht sehr viel, weil es geht hier vor allen Dingen um Konstrukte oder eben verbundener Geister. Das geht schon, das können wir unserem Volk geben, das heißt, damit könnten wir dann auch die Fähigkeit benutzen. Ich finde das Buch an sich also aus dem Bronze okay. Ich finde das auch ganz okay, weil man halt jedes Ansatzende irgendwie was dazu kriegt, ist ganz nett. Und hier die Konstrukte werden halt natürlich gebufft, aber auch nur Heilung. Es ist nicht so, dass sie viel HP dazu kriegen, eine Verteidigung halt und ein bisschen mehr Heilung. Ist natürlich gut, weil ich glaube, die erinnern sich teilweise sonst gar nicht. Und das wäre natürlich relativ ärgerlich, wenn wir da jetzt auf Kanonen und auf diese Panzerschiffe und so weiter gehen. Nein, jetzt überschlagen sie sich tatsächlich die Ereignisse ein bisschen. Wir haben tatsächlich mehrere Kriegserklärungen. Der Leonardo da Magier, das wollten wir ja haben, ist tatsächlich jetzt auch uns nicht mehr abgeneigt. Das heißt, wir werden auch da in die Zauberverbindung gehen und geben 50 Gold dafür aus, kein Problem. Der Krieg ist nämlich zwischen der blauen Katze und halt den beiden, unseren Fangierkumpel und unseren Leonardo da Magier. Das ist natürlich super. Aber dann, oh nein, der hat sich hier oben ja ein... Was ist das für ein Ars? Egal, auf jeden Fall ist das nicht schlecht, weil damit können wir halt unsere Freundschaft ausbauen und nachher die Katze als unser erstes Target annehmen. Auch wenn die natürlich, ihr seht, sehr weit weg ist. Die baut sich halt nur Richtung uns aus, weil die die Menschen Spiele hassen. Ehrlich über Fangier, der müsste, glaube ich, hier unten sein. Aber statt, dass er hier sich ausbaut, Richtung Soul, hat er sich halt gedacht, brauche ich hierhin aus. Ich glaube, der hat aber auch kaum Ausbreitungsmöglichkeit, muss man fairerweise dazu sagen. Dann haben wir die weitere Sache, dass sich die Kröte natürlich auch Richtung dem Player ausgebaut hat. Scheint aber auch wesentlich näher anders dran zu sein, wenn wir das hier sehen. Das hier scheint nämlich auch ihre Grenze zu sein. Und wir haben das coolste, wohl das coolste Goldmonument gefunden, weil wir das super Belagungsprojekt Zauberbombardement freigeschaltet haben. Das haben wir, wenn ihr mal meine Let's Plays gesehen habt, schon mal gehabt. Damit können wir massiv die Belagungszeit verkürzen. Das heißt, wir müssten hier eigentlich doch noch irgendwo versuchen, dann auszupassen zu holen. Also wir werden wahrscheinlich Krieg gegen die Kröte als nächstes führen. Das muss aber da natürlich nochmal Fairoklacks abbestimmen. Und dann haben wir Vortex eingenommen. Auch das ist natürlich nochmal wichtig. Hier werden wir Direktbevölkerung anziehen, um nichts zu tun, weil ich natürlich nicht so intelligent bin und vergessen habe, dass wir 1, 2, 3, ah ja, wegen diesem blöden Totengebiet kommen wir da tatsächlich nicht dran, weil wir dann, obwohl wir müsste doch 1, 2, 3, müsste doch eigentlich möglich sein, ne? Achso, nee, weil wir, ach ja, okay, wir haben ja umgesiedelt, deswegen haben wir welche getötet. Okay, ich bin doch nicht so blöd, aber nur, naja, ein bisschen schon. Egal. Wir würden dann hier erstmal uns dann aufbauen, würden uns dann nächstes dann auch einen neuen Helden holen. Problem ist natürlich, wir haben kein Geld. Damit er sieht, ob er oder wen er dann nimmt. Aber die sieht ganz cool aus. Also vor allem gucken, was haben wir denn für besondere Fähigkeiten dabei. Momentan ziemlich langweilige Fähigkeiten, um ehrlich zu sein. Aber gut. Momentan haben wir sowieso kein Geld. Einige Runde weiter haben wir jetzt unsere Heldin endlich gefunden. Es ist die gute Makari. Ich habe auch weiterhin ein wenig gecleart. Wir haben extreme Geldnöte. Ich konnte auch immer den Gutquellhof nicht anschließen. Und wir müssen nicht weiterhin gucken, dass wir die Siegel irgendwann für uns erringen. Wir haben allerdings ja schon mal zwei Ressourcen. Ich habe da auch einen Mod, der das ein bisschen krasser macht. Ihr seht hier, minus 20% Wissen benötigt, um Zauber zu erforschen. Ich glaube, vorher sind das 10% oder irgendwie in die Richtung. Ja gut, und das bringt mir halt gar nichts. Aber es hilft uns dabei, besser Gegenstände zu bauen. Deswegen habe ich Makari auch direkt eine Pistole und ein Schwert gebaut. Die sieht ein bisschen sehr untot aus. Aber fragen wir mal lieber Ferroklacks, was er sich dabei gedacht hat. Ey Makari, komm mal runter von deinem Scheißschiff. Wir brauchen deine Hilfe. Wir haben hier Probleme. So eine komische Kröte rückt uns auf die Pelle. Wir werden bald Krieg erklären und wir werden sich vernichten. Da gibt es doch kein Wasser, aber immerhin kannst du als Kapitän vielleicht doch noch vernutzen sein mit deiner komischen Pistole. Was sagst du, du willst 250 Gold haben? Verdammt, ihr Untoten seid ja auch noch richtig teuer geworden. Erst dieser blöde Bär und jetzt auch noch du. Naja, was heißt drum? Hier hast du dein verflutes Gold und jetzt hält mir. Ja, offensichtlich ist Makari untot. Und das ist auch ganz gut, denn eine weibliche Stimme zu erstellen ist ziemlich nervig mit meinen Fähigkeiten. Von daher passt das perfekt. Was für ein Zufall. Wir bewegen uns jetzt langsam in Richtung Kröte. Wir könnten zwar hier noch was erobern, ich könnte auch das ganze Imperium hier reinstopfen. Überlege, ob es zu machen. Ich weiß nicht, die Eilbären, wie gut die jetzt unbedingt für uns sind. Ich glaube nicht mehr wirklich. Klar, wir kriegen neue Effekte für unsere Waffen. Von daher wäre das ganz gut. Aber Gründen, wie sie denn gut übernehmen von Städten ist ganz in Ordnung. Ich weiß nicht, ob wir dafür so viel Imperium da reinstecken sollen. Stattdessen überlege ich, ob wir uns das Gold nehmen sollen. Oder eben die Boni hier, die wir haben. Na, es ist halt, ich meine dieses Plus Eins ist halt komplett lächerlich. Sorry, aber das ist wirklich viel zu billig. Aber vielleicht hier zum Beispiel Gold für jede Einheit oder dass die Städte verbessert werden durch Anschluss an die Hauptstadt oder eben einfach besondere Provinzverbesserungen ins Gold geben. Denn dieses Gold, was wir bekommen, ist gepimpt tatsächlich. Da ist irgend so ein Event mit drin gewesen mit 70 Gold dazu. Keine Ahnung, was das genau war. Irgendwas total Banales. Aber wir haben 70 Geld dazu bekommen. Ich glaube, wir mussten irgendwie so eine kleine Armee besiegen. Naja, und das ist irgendwie so ein bisschen das Problem. Aber ich würde auch sagen, wir verschieben das einfach aufs nächste Mal. Wir haben den Glutquellofen angeschlossen. Das Ziel ist erledigt. Wir haben Vortex eingenommen. Der nächste Part wird auf jeden Fall darum gehen, diese Kröte zu vermalen und dann vielleicht sogar schon auf die Siegel zu gehen, um Richtung Sieg zu gehen. Oder eben die anderen zu schärten. Die Beziehung mit dem Ganzen kann ich nur sagen, schwankt hier und her. Jetzt würden wir 150 eben bei 0. Leolanda Mager hat ja auch mal 2 gehabt. Jetzt sind wir bei 200. Entschuldigung, jetzt haben wir 0. Ja, keine Ahnung. Die Katze lobt einen dann auf einmal. Gut, die anderen 3 sind konstant schlecht. Ich weiß ja nicht mehr, wer das hier ist, woher die überhaupt kommt. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo wird die wohl sein. Scheint auch die Stärkste zu sein von allen. Aber das werden wir uns dann alles nächste Mal angucken, wenn wir dann die Kröte fertig machen. Die bestimmt noch ein paar Beleidigungen für unseren Ferroklaks bereithält, damit das Ganze auch relevant wird. Er hat uns aber auch schon hier in die Stadt vor die Nase gesetzt. Die haben ihr im Gebiet geklaut, von daher genug Spannung haben wir auf jeden Fall. Von daher haut rein und bis denne.